Und Reinhard Schlinkert von Infratest-Team-Up ist jetzt im Studio. Guten Abend, Herr Schlinkert. Guten Abend. Sie haben ja wieder einmal den Deutschen in den Puls gefühlt und gerade jetzt ist es ja ganz besonders spannend, weil auch eine ganze Menge von Gesetzen und Entscheidungen durch die Bundesregierung gefallen sind und zu denen es sicherlich vielfältige Meinungen gibt. Lassen Sie uns mal mit dem allgemeinen Bild beginnen. Wie ist denn die allgemeine Zufriedenheit mit der Bundesregierung momentan? Naja, man liest es, man sieht es. Die ist natürlich nicht besonders gut. Sie in der Mehrheit ist unzufrieden mit der Bundesregierung und da spielen sicherlich viele Dinge eine Rolle. Vielleicht auch, wenn man vier Stunden am Flughafen gewartet hat, dass man denkt, das müsste ja vielleicht nicht sein in einem hohen entwickelnden Industrieland. Lassen Sie uns mal ein bisschen tiefer in die Zahlen reingucken. Sie haben ja zu diesem Balken immer noch besondere Erkenntnisse mitgebracht. Nicht zufrieden, wenn ich jetzt daran denke, sind das ins Welche Anhänger welcher Parteien schragen da hinaus? Ja, nicht zufrieden mit der Bundesregierung. Sehr zufrieden ist natürlich klar. SPD und Grüne, die FDP ein bisschen weniger. Nicht zufrieden, fast 100 Prozent die AfD und die Mehrheit auch der Unionswähler sind natürlich nicht mit der Regierung zufrieden. Aber interessant ist, dass noch nicht mal eine Mehrheit der FDP-Wähler mit der Bundesregierung zufrieden ist. Das ist natürlich nicht schön für eine Ampelregierung, wenn da ein paar Partner... Wir gucken mal, ob sich das so durchzieht jetzt in den anderen Sachen. Wenn Sie das jetzt aufbrechen nach gewissen Politikbereichen, diese Zufriedenheit, weil das ist ja eine sehr generelle Aussage, wie zufrieden bin ich, da haben Sie diesmal auch nachgefragt. Ja, da haben wir natürlich gefragt, wie sieht es aus mit dem Schutz vor Corona, wie sieht es aus mit dem Kurs des Ukraine-Kriegs, Sie lesen die Zahlen ja immer selbst, mit der Sicherung der Energieversorgung in Deutschland und mit der Haushaltsfinanzpolitik und zum Schluss mit der Entlastung der Bürger wegen der steigenden Preise. Lassen Sie uns einige Punkte mal besonders rausnehmen. Insbesondere würde ich gerne heute mal den Blick auf ein Thema lenken, was auch heute aktuell im Bundestag war. Die Energieversorgung in Deutschland, das ist jetzt ja wirklich eine der ganz, ganz großen Sorgenkinder, wo unter 29 Prozent jetzt nicht tusend, aber auch nicht herausragend. Geben Sie mir uns da noch mal ein bisschen interessanteren Einblick an. Ja gut, das ist also ungefähr ein Drittel der Bevölkerung, die sagt, wir sind zufrieden und haben keine Angst. Das führt natürlich auch dazu, dass wir später, dass die Minister, die da helfen könnten, besonders hohe Zustimmungswerte erreichen. Aber interessant dabei ist, dass wir da wieder so ein typisches Ampelbild haben, zum Teil jedenfalls. Bei den SPD-Wählern sind es immerhin an die 40 Prozent, 38 Prozent, die sagen, wir sind zufrieden mit der Arbeit da. Ja, bei den Grünen ist die Mehrheit, 54 Prozent, die sagen, das ist ein guter Wert. Ja, ist ja klar, die lieben ja auch Herrn Hanbeck. Unser Minister wird das schon richtig machen. Ja, trotz und alledem. Ja, auch bei der FDP ist es aber gerade ein Viertel der Bevölkerung, nur 25, die sagen, machen eine gute Arbeit. Die sind ja im Moment auch nicht so im Fokus, die Minister. Ja, klar. Insbesondere was Energieversorgung anbelangt. Eher vielleicht bei dem Thema steigende Preise, Entlastungen dabei, wo spielt da die Musik, wo liegt da die größte Zufriedenheit? Ja, das finde ich also auch sehr überraschend, dass das den Grünen-Wählern am allerwenigsten ausmacht. Es gibt nämlich nur 53 Prozent, Entschuldigung, 43 Prozent der Grünen-Wähler sagen, wir sind zufrieden damit, mit der Arbeit, die da stattfindet zur Entlastung der Bürger. Aber die vielen Grünen-Wähler gehören ja auch nicht mehr zu den unteren Einkommensschichten der Bundesrepublik. Absolut nicht. Es gibt so ein paar konkrete Maßnahmen, die wir ja alle kennen. Jetzt ist es der zweite Monat mit dem 9-Euro-Ticket und wir tanken auch alle wieder ein bisschen günstiger an den Tankstellen. Wie sieht es mit diesen einzelnen Maßnahmen aus? Ja, haben wir natürlich gefragt, weil das jeder fragt, soll das 9-Euro-Ticket verlängert werden? Wen überrascht? Zwei Drittel der Menschen sagen, ja natürlich, soll verlängert werden. Und Tankrabatt, ist die Zustimmung ein bisschen geringer? Können wir dann nachher erzählen, wenn wir uns das ein bisschen genauer angucken, warum die Zustimmung da geringer ist? Sagen Sie es ruhig bei dem Tankrabatt. Man könnte ja mutmaßen, dass es insbesondere eine politische Klientel ist, die da geringere Zustimmungswerte hat. Ja, das ist auch wieder interessant. Es sind also ungefähr zwei Drittel der Grünen-Wähler, die sagen, sie sind gegen weiteren Tankrabatt. Aber da stehen sie auch ganz alleine da in der politischen Landschaft. Alle anderen von FDP, CDU, selbst da die AfD, die sonst gegen sehr viele Dinge ist, aber bei einer anständigen Subvention sagt außer den Grünen überhaupt keiner, dass wir das nicht wollen. Also das wäre dann ja auch ein politischer Punkt für die FDP gewesen, der sich da an der anderen Stelle gar nicht so niedergeschlagen hat. 9-Euro-Ticket sind aber alle gleichmäßig dafür oder ragt da auch eine besondere Gruppe raus, politisch? Bei dem 9-Euro-Ticket, gut, da ist die Zustimmung bei der AfD am geringsten, sonst ist aber alles klar. Ja, aber noch interessanter ist gerade, wenn überrascht ist, dass die jungen Leute zu über 70 Prozent sagen, wir wollen, das soll verlängert werden. Gut, die haben ein bisschen weniger Taschengeld, freuen sich, dass sie mal ein bisschen durch die Gegend fahren können mit der Bahn. Ja, sind meine Kinder auch froh darüber. Die persönliche wirtschaftliche Lage heutzutage, das ist ja das, wo Sie ganz oft schon erzählt haben, wenn Sie hier im Studio waren und gesagt haben, da gibt es eine ganz große Diskrepanz zwischen der eigenen individuellen Wahrnehmung und dem, wie man jetzt allgemein auf die wirtschaftliche Lage guckt. Auch hier haben Sie ja wieder gefragt, wie geht es mir sozusagen aktuell? Ja, das ist immer eine interessante Frage. Wir hatten es also seit vielen, vielen Jahren war es immer so, dass die eigene persönliche wirtschaftliche Lage gut war, auch wenn die allgemeine wirtschaftliche Lage als schlecht beurteilt wurde. Aber sehen Sie im Moment, wie es jetzt aussieht, auch gar nicht übel. 70 Prozent sagen, es geht mir gut und nur, im Moment, und nur eine kleine Anzahl, 29 Prozent sagen, mir geht es nicht gut. Ein Drittel dann auch wieder der Bevölkerung. Aber ich gucke auf die Zahlen dahinter, minus 10, also bei sehr gut und gut. Das ist dann ja schon eine signifikante Zahl. Das ist natürlich auch runtergegangen, besonders in den unteren Einkommensschichten, die ja besonders leiden, also den Haushalten, die unter 1.500 Euro Monatseinkommen haben, netto. Da ist nur ein Drittel der Bevölkerung, der sagt, es geht mir gut. Wen wunders, bei denen, die 3.500 und mehr haben, sind es 93 Prozent, die sagen, mir geht es gut. Wie gucken denn die Deutschen in die Zukunft, also heute in einem Jahr? Wie wird die persönliche Lage da produziert? Ja, das gibt eigentlich ein gutes Bild der momentanen Stimmung, wo keiner so genau weiß, was passiert mit Corona, was passiert mit der Energie, was kommt eigentlich auf uns zu. Mit dem Krieg, ja. Keiner weiß es. Und deshalb ist die Frage, die wir dann gestellt haben, was meinen Sie denn, wie es in einem Jahr persönlich aussieht, besser sagen gerade mal noch 8 Prozent, und Sie sehen selbst etwa gleich ein, es kommt die Zahl, aber fast die Hälfte der Menschen in Deutschland sagt, uns geht es im nächsten Jahr schlechter. Und das ist natürlich eine ganz, ganz große Aufgabe der Politik zu tun, was zu machen ist. Aber jeder liest ja heute wieder eine schreckende Nachricht, die Heizungen werden abgestellt, Warmwasser wird abgestellt, der weiß, was mit der Fernwärme passiert, kaufen sich Generatoren. Natürlich sind die Menschen in Deutschland total verunsichert. Keiner weiß ja auch genau, wie es denn nach dem Sommer aussieht, ob wir dann wieder Corona alle haben oder nicht haben. Es ist eine sehr schwierige Situation. Aber so eine Stimmung, so eine Stimmung haben wir aber eigentlich noch nie gehabt. Wir haben ja auch seit Ewigkeiten keinen Krieg mehr gehabt, indem wir, sagen wir mal, so direkt wie jetzt involviert waren. Die Balkankriege hat die NATO einiges getan und hat auch keinen so richtig berührt. Oder Syrien gibt es ja auch schon ewig Krieg oder auch in... Es gibt viele Konflikte auf der Welt. Ich wollte noch einmal fragen bei diesem, es geht mir schlechter, also diesem Gedanken, gibt es da noch einen regionalen Unterschied? Ja, im Osten ist die Angst noch viel größer, oder die Sorge, dass es einem schlechter geht. Da ist es mehr als die Hälfte, die sagt, also in einem Jahr wird es bestimmt schlechter gehen. Das ist... Das ist signifikant. Ja. Genau. Nun sind ja auch diese Ängste zum Teil verknüpft eben mit den Sanktionen gegen Russland, die ja ihre Wirkung jetzt in Deutschland entfalten. Also wir spüren es am allermeisten an der Energiekrise. Wir spüren es aber auch an solchen Themen wie Lieferengpässen. Ja, und die Unterstützung dieser Sanktionen, dieser Maßnahmen gegen Russland, wie steht es denn da drum? Erst war die ja sehr groß in Deutschland. Ja, die ist auch nach wie vor überraschenderweise, trotz dem, was wir gerade gesehen haben, wir haben ja gesehen, dass die Leute natürlich Angst haben, dass es ihnen im nächsten Jahr schlechter geht, aber irgendwie ist in Deutschland doch eine sehr große innere Hilfeststellung wohl zu bemerken, denn sonst kämen diese Zahlen ja nicht raus. Man sagt, natürlich sollen wir helfen, auch wenn es zu Engpässen kommt. Natürlich sollen wir helfen, wenn die Industrie und Betriebe leiden. Und natürlich wollen wir helfen, wenn die Kosten steigen. Aber das ist so ein glattes Bild. Das gibt natürlich ein paar feinere Unterschiede, weil nicht alle Leute so denken. Jetzt kommen wir zu etwas, wo wir mal nicht nur auf Themen, sondern auf Köpfe schauen. Das machen Sie ja auch regelmäßig, nämlich Sie schauen sich die einzelnen Politikerinnen und Politiker auf die Hitliste sozusagen oder eine Rangliste, wie auch immer. Wer steht vorne? Ja, wir fragen immer, wie zufrieden man denn mit dem Politiker oder der Politikerin XYZ ist. Und wer steht ganz oben? Anna-Linna. Jetzt kommen die ersten fünf, wenn ich das richtig sehe. Ganz oben steht Frau Baerbock, Herr Habeck, Herr Scholz, dann kommt Herr Lindner und dann Friedrich Merz. Das sind die ersten fünf. Ist natürlich auch relativ klar. Außenminister vermitteln ein gutes Bild von Deutschland und probieren, gute Beziehungen herzustellen. Herr Habeck ist die Hoffnung aller Leute, dass die Energieversorgung gesichert wird im Winter. Da haben Sie eine hohe Zustimmung, machen Ihre Arbeit ja auch sehr gut. Und der Kanzler... Hat ein Prozent gewonnen. Ja, aber gut. Das bewegt sich immer in diesem einen. Ist auch nicht so viel. Herr Lindner ist ein bisschen weniger geworden. Und Herr Merz auch ein bisschen weniger. Aber interessant finde ich dabei, was die eigenen Anhänger dazu sagen, wie gut sie die finden. Da können wir nämlich die goldene Parteianhängermedaille auch an Frau Baerbock verleihen. 93 Prozent der Grünen sagen, das ist eine gute... Die machen eine gute Arbeit. Bei Herrn Habeck 89 Prozent. Auch noch ein schöner Wert. Herr Scholz auch über 80, Herr Lindner auch 80 rum, Herr Merz ein bisschen weniger, zwei Drittel. Also in Ihren eigenen Parteien haben die ersten fünf Kampfe großen Rückhalt. Ja. Dann gucken wir uns mal die Ranglisten 6 bis 10 an. Habe ich jetzt richtig gezählt? Ja, die leiden natürlich, die Mehrheit der Politiker, die sie jetzt sehen, leiden darunter, dass sie nicht so einen hohen Bekanntheitsgrad haben. Also die Frau Faeser kennt nur die Hälfte der Bevölkerung. Ja. Ja, die Frau Lambrecht kennt 21 Prozent. Den Herrn Wissing kennt ungefähr, ja, die Hälfte der Bevölkerung. Und den Herrn Schrupalla auch nur die Hälfte der Bevölkerung. Und Herrn Schirrwahn kennt mal gerade 15 Prozent. Deshalb ist natürlich die Beurteilung von denen, nur von denen möglich, die Sie auch tatsächlich kennen. Herr Schirrwahn ist ja jetzt gerade erst auf die bundespolitische Ebene. Aber schauen Sie sich mal an, wo die liegen. Die liegen alle 21, 21. Gut, SPD-Minister könnten ja auch noch ein bisschen bekannter sein, ne? Vor allen Dingen, wenn Sie schon vorher mal Bundesminister waren. Aber immerhin, und aber das liegt vielleicht auch an der starken Position dieser ersten fünf. So, jetzt kommt die Sonntagsfrage, die natürlich keine Wahlaussage ist für die Bundestagswahl, sondern, wie Sie immer so schön sagen, ein momentanes Schlaglicht. Ja. Ja. Also, wie sehr ist, wenn jetzt heute tatsächlich gewählt würde? Gibt es eine Überraschung? Dann würden erst mal ganz viele Menschen zu Hause bleiben, wie wir wissen im Moment. Immer noch. Ich weiß sowieso nicht, was ich wählen würde. Aber ansonsten sieht es für die SPD mal wieder ein bisschen schlechter aus. Ich glaube, man gerade auf 19 Prozent. Die Union legt zu oder im Vergleich zur Bundestagswahl ist bei 27. Die Grünen 23 legen zwei zu. Die FDP bleibt bei acht. Die AfD bei elf. Und die Linken bei vier. Untertagssache, ja. Ja, das sind natürlich relativ platte Zahlen. Aber muss man schnell noch was dazu sagen? Sehr schnell. Wenn man nämlich sich die alten Wähler anguckt, die über 65-Jährigen, das sind 22 Prozent der Bevölkerung. Da sieht die Welt wieder anders aus. 26 die SPD, 41 die CDU und 16 die Grünen. Das sind die Menschen, die wählen gehen. Also warten wir mal ab, wie die Welt dann aussieht, wenn wirklich wieder gewählt wird. Ist jedes Mal wieder spannend. Denn das ändert sich aufgrund der politischen Situation und die ändert sich ja jeden Tag. Herzlichen Dank, dass Sie die Zeit nicht nur überbracht, sondern auch wie immer erläutert haben. Reinhard Schlinker, vielen Dank für den Besuch bei uns.